Hallo, ich bin Elias Mbarek und ich spreche Paddington, den kleinen, tollpatschigen Gentleman im gleichnamigen Kino-Highlight. Ab dem 4. Dezember im Kino. London. Streuner voraus, nicht hinsehen. Der Bär will uns sicher nur irgendwas verkaufen. Hallo? Hallo, du. Mary. Du bist ein junger Bär, der unsere Hilfe braucht, Henry. Nur für eine Nacht. Haben Bären überhaupt Namen? Mein Name ist... Möchtest du eine in unserer Sprache? In ihrer Sprache? Paddington. 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 Paddington! Oh, Entschuldigung. Vom Produzenten von Harry Potter. Du hast einfach wahrlos irgendeinen Bär mit nach Hause geschleppt. Er ist uns ähnlicher, als du denkst. Abgesehen davon, was soll schon Schlimmes passieren? Oh, nein. Das war unglaublich. Ein Bär sucht ein Zuhause. So schlimm ist das doch gar nicht. Wind. Heißer Wind. Zwei heiße Winde. Ich hoffe, ich sehe in Sicht komisch aus. Paddington stellt eine Gefahr für unsere Familie dar. Abgefahren. Johnson denkt nicht mal dran. Gleich morgen früh verschwindet der Bär hier. Doch Ärger ist vorprogrammiert. Ein sprechender Bär? Du wirst eine fantastische Ergänzung für die Sammlung sein. Oh, das hört sich aber nicht so gut an. Diese Weihnachten. Übergeben Sie mir den Bären. Nein. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich glaube, ich habe schon alles im Griff. Er lebt ein kleiner Bär. Diese Familie hat diesen Bären genauso gebraucht, wie er sie alle gebraucht hat. Sein größtes Abenteuer. Es spielt keine Rolle, dass er vom anderen Ende der Welt kommt. Oder dass er eine beunruhigende Schwäche für Orangenmarmelade hat. Sagten Sie Orangenmarmelade? Und Familien halten zusammen. Nichts passiert. ... ... ... ... Vielen Dank.